Moin moin du kleiner Racker und herzlich Willkommen zur neuen Metronome Battle! Der Flo ist wieder bei mir! Wuuuh! Party! Party! Okay. Alter, es ist so lange her, dass wir Metronome Battles aufgenommen haben. Ich mein, ihr habt zuletzt wahrscheinlich gerade erst welche gesehen. Frischgebackene Metronome Battle für euch. Frischgebackene... Ah ja, jetzt gehts los mit Flammen Aragog und Blitz... Zalando. Blitz Zalando, genau. Ich hasse dich. Und du hast genau dasselbe gemacht, oder was? Nein, nicht ganz. Aber fast. Also, Leute, neue Metronome Battles, wir sind wieder am Start. Hä? Ist die anale Subwarte? Mit genauso guten Spitznamen, wie ihr es erwartet habt. Korrekt, korrekt, korrekt. Das hat sich nicht verbessert. Das ist absolut richtig. Bin gespannt. Also wir machen heute übrigens Evolution, ne? Evolution. Ja, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Oh, Zugabe wäre nicht schlecht gewesen. Das wäre in Ordnung gewesen für mich. Hättest du die ganze Zeit Metronome einsetzen müssen. Ja, wäre ganz... Oh, ein freier Fall, Alter! Auf geht's! Dingi! Gib den Blitzer mal mit. Blitzer ist ganz in Ordnung erstmal. Ja, Blitzer kann ruhig sterben. Giftfaden. Giftfaden. Oh, du hast... Oh. Ah ne, ich dachte, das trifft beide. Ich würde beide vergiften. Ja. Und Kreuzsieb ist nice. Ja. Boots! Flammkörper jetzt. Bam! Ähm... Ne, bitte nicht. Toxic Orb? Und Heißorb. Das ist aber riskant. Hä, ne, das ist gut so. Weil Blitzerlando hat Rassanz und Flammaragok hat ähm... Adrenalin? Ui! Na klar, Alter. Warte mal, du wurdest vom freien Fall befreit? Ähm... Ja, weil ich krass bin, weil ich brenne. Und zu heiß für dich. Ey, wenn das... Keine Ahnung. Wenn das stimmt, dann... Bin ich durch mit Metronomen Battles, Alter. Dann war's das. Dann die perfekte Konter-Taktik einfach. Boah, Schnabel! Nicht auch auf... Och, come on. Doch, auf Blitzerland ist richtig gut. Das hat ja gar nichts gemacht. Natürlich hat das nichts gemacht. Bra! Ja, ist doch gut so. Deine Verbrennung macht dafür mehr Schaden. Ja, Toxic Orb auf Dauer auch. Vielleicht ist es eine riskante Taktik. Aber ich bin mir sicher, sie wird sich lohnen. Denn guckt euch bisher das Verhältnis an. Du hast keinen KP verloren. Das ist doch perfekt. Ja, das Matcher, nice. Und da lag es dran, weil du schneller bist im freien Fall. Giftschweif! Giftschweif! Nicht auf... NEIN! Jawollo! Das macht ja gar nichts, brah. Das war ein Critch! Das ist ja gar nichts! Ja, ich bin ja... Rote Karte! Ich bin ja geburned. Raus mit dir, Alter! Aber die rote Karte wäre auf Lamara besser gewesen. Weißt du warum rote Karte? Weißt du warum? Äh... Ne. Weil Lamara creepy... Nara ist so creepy, dass es dich rausgeschreckt hat einfach. Achso... Wenn die nicht bald mal irgendwas machen. Weißt du? Das geburnte greift physisch an und das andere nicht. Elektronetz? Sinkt dann der Init an, oder? Sinkt die Init, oder? Pfff... Oh... Matcher, nice, Alter! Sieht bisher jetzt noch nicht so umwerfend aus. Oh... Aber ist auch für meinen Kanal. Deswegen muss ich ja gewinnen. Richtig, richtig. Da dachte ich mir auch, wäre es für meinen Kanal gewesen. Vielleicht hätte ich ein bisschen mehr getryhardet. Aber jetzt dachte ich, probiere ich es mal aus. Ja. Heiß Orb, Toxic Orb. Ähm... So haben wir im Metronomen Battle zuletzt bei den Senior-Turm-Battles gestartet. Das ist wahr. Ähm... Von daher... Da sogar noch mit einer guten alten Lage Stachlerteppich. Das ist in Ordnung, Alter. Wagemut! Wagemut, du stirbst! Du bist tot. Alter. Von Flamara nimmst du mit. Das ist in Ordnung. Das... Ja, damit konntest du leben, ne? Ja, das war's mit Psyanal. Alter, ich muss gar nicht angreifen. Du vernichtest dich einfach selbst jetzt. Jetzt kommt Heil-Opfer als nächstes. So, bam. Easy. Was ist da aus? Tarnung. Easy. Ich bin jetzt Typ normal. Ja. Normal ist, glaube ich, besser als Fee. Ich glaube, da treffe ich dich insgesamt ein bisschen schöner mit. Denn hier kommt... Mein... Diger Pferde, seht muuuu! Seht muuuu! In the face! Ne, ne, akzeptiere ich nicht. Nackt Tarantino greift an. Warum nicht? Da steht Nackt Tarantino. Na... Ja, weil ein Pferde fehlte. Pssst. Pferde hat's doch keinem. Du kannst es natürlich auch gerne Nackt Tarantino nennen. Nackt Tarantino, Alter. Ja. Nackt Tarantino. So, Funkensprung, Z-Move, passt. Ist okay. Macht ein bisschen Englisch. Ist so die große Konkurrenz von McDonalds, Nackt Tarantino. Ähm, was kommt denn jetzt rein eigentlich? Ja, hier, du kommst wieder rein. Du kannst dich auch selbst umbringen. Easy. So. Ich hoffe es sehr, dass deine Pokémon sich einfach mit Explosionen in die Luft jagen, wenn meine Schutzschild einziehen. Zug? Ja. Weißt du warum? Ne, weil du es Englisch aussprechen willst und es zack heißt, weil es so... Ne. Okay. Weil es ist ja Typ Eis. I-C-E geschrieben auf Englisch. Und I-C-E ist ein Zug. Und du kritisierst Nackt Tarantino? Nackt Tarantino, Alter. Elektro-Pixor, stab! Alter, es gibt mir KP, oder? Oder Paradis? Es schreckt zurück. Ja, easy. Perfekt, perfekt. Das finde ich jetzt aber eigentlich... Deswegen Rassanz! Rassanz, Alter! Outspeed it! Easy! Easy! Tänke ich easy! Ja, wegen deinem kacken Lichtschild, du Spacken. Stimmt, das ist ja auch noch... Oh, sonst hätte das echt gut damit... Damage gemacht. Viel zu gut. Sorgensam, Alter! Nice! Ich kann nicht mehr einschlafen! Und du verlierst... Ja, was hast du für eine Fähigkeit? Feenschicht. Feenschicht, ja. Finde ich gut, finde ich gut. Aber jetzt triffst du mich mit Normalattacken nicht mehr sehr effektiv als Nachthauer. Als Nack Tarantino. Als Nack Tarantino. Nack Tarantino. Das stimmt, ja. Ja. Das Gute ist, wir haben die Spitznamen vor ungefähr einer Stunde gemacht und mein Gedächtnis ist so schlecht, ich habe alle Spitznamen wieder vergessen und freue mich darauf, sie wieder neu erleben zu dürfen. Sehr gut, Bra, ich bin stolz auf dich. Natürlich deine auch. Zug ist... Zug ist... Hast du den Applaus? Ja. Den kriegst du... Ey, Zug ist halt schon krass, Mann! Ja, ne, ist okay, ist okay. Ich finde es kreativ auf jeden Fall. Ich hätte es nicht erklären können warum, aber im Nachhinein macht es Sinn. Ja, ja. Bist du zufrieden? Ja, mega. Freut mich. Guck mal, ich bürne so sehr, dass ich erstmal den Regen herbeirufen muss. Ob mir das helfen wird, ist eine andere Sache. Ja, ja. Ja, okay. Alles klar. Okay, ja. Verhöhner. Verhöhner, ja. Kann ich absolut... Ja, mach mal, Alter. Mega nice! Kann ich eigentlich gar nicht so gut mitnehmen. Nee, kannst du nicht, Alter. Weil der verzweifle dich killen wird. Ja, auf lange Sicht vielleicht. Auf lange Sicht vielleicht. Macht nichts, nice. Was sinkt? Angriff? Mega nice, sehr gut. Nec Tarantino bringt sich eh um. Ja. Genauso wie Blitz Zalando bringt sich auch um. Was ist eigentlich für ein komisches Product Placement, was du hier bringst? Es ist aufgefallen. Jetzt musst du die ganze Zeit Werbung reinverladen. Ja, ich mach... Und in der Videobeschreibung findet ihr übrigens einen Link zu Blitz Zalando. Und ja. Fuchtla. Immer die physischen Attacken, Alter. Als gewöhrendes Pokémon. Ich bin so stolz, dass ich da den Heißorb draufgepackt hab. Mega nice. Torboträger, easy. Hier ist Harnsteine weg. Kein Ding. Zack. Alter. Spin mal den Verhöhner weg. Ja. Dein Verhöhner ist RIP, Alter. Uuuuh. 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 Ja. 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 Jaaaa. Finde ich jetzt nicht gut. Match eine Hals. Du hast keine Attacken mehr übrig. Nec Tarantino greift Felinara an. Ja. Ja, ja, ja. Das macht Scharrr. Das macht nichts, Bruh. Oh. Okay. Beide Pokémon sind auf der Hälfte. Mein Lichtschild ist vorbei. Es sieht gut aus. Muss ich sagen. Es sieht sehr, sehr gut aus. Für mich. Vor allem hab ich ja noch, glaube ich... Ne. Flamara ist schon down, ne? Was hab ich denn noch? Ich hab ja noch ein geheimes Pokémon in der Hinterhand. Der Fuchtler geht immer weiter. Finde ich gut. Ja. Mach du mal. Ah, zack, zack. Jetzt die Verwirrung. Me-ga-nice. Ich bin super gehypt auf diesen Kampf. Das war... Das war eine rasante Verwirrung. Anfallen bitte auf Nathara, bitte! Anfallen? Ne, Nathara muss ja gar nicht. Ne, Nathara stimmt doch nicht. Angriff stinkt. Mega nice. Mach nochmal, mach nochmal, äh... Fuchtler. Nochmal Fuchtler? Ja. Zumindest mach ich mir keinen Schaden, wenn ich mich selbst angreste. Ness schweift da neben. Ach, schweift. Im Regen wär gut gewesen. Im Regen, ne? Das hätte so wehgetan. Das hätte so wehgetan. Einmal hast du noch. Ob das gar nichts macht. Nö. Ich weiß nicht, ob sich Angriffsnenkungen darauf auswirken, aber... Boah, Verhöhner wirkt nicht mehr. Oh Gott, Nathara... Nec Tarantino hat wieder eine Möglichkeit sich zurückzunehmen. Ne, wird jetzt sterben. Ins live. Ne, 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 das... Komm. Nec Tarantino tankt das. Nec Tarantino wird jetzt sterben. Brav. Blitzer, komm, irgendwie heil den Partner. Mit Metronom und zwar jetzt, ähm... Heil Opfer wär gut, Heil Opfer wär gut. Lehm Sula ist auch in Ordnung, ja. Lehm Sula. Schwächt deinen Step. Gute Idee als Elektro. Gute Idee, Blitzer. Ich bin stolz auf dich, Blitzer Lando. Ja, Blitzer Lando ist... Oh, Blitzschlag. Blitzschlag, ja. Jawoll. Prädiktiv. Elektroattacken werden geschwächt. What? Tank ich. Alter, es macht nichts. Das hat gar nichts gemacht. Einfach gar nichts. Ja, was soll's auch machen? Morgengrauen. Ganz gut. Ganz gut. Ah, nicht so gar. War schon... Aber es ist in Ordnung. Es greift wenigstens nicht an. Jetzt hat Nec Tarantino die Möglichkeit sich... Ah, dann macht ein Regen halt auch nicht viel, Alter. Ach, stimmt. Macht ein bisschen weniger, ne? Aber du bist eh fast voll. Oh, oh, oh. Oh, okay, 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 okay. Das Ding muss sterben, das Ding muss sterben. Ist okay. Also alles in Ordnung. Ist okay für mich. Blitzer Lando, kannst du jetzt bitte was Spezielles? Wobei du hast auch Falterreigen. Also... Ah. Einen Hit tank ich noch, egal was du machst. Kisschen. Ja, sehr wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich. Das kommt schon. Selbst wenn ein Donner kommt. Wer stab, aber Lehm-Sula ist draußen. Ja. Wie lange das auch immer anhält. Riechsalz, ja. Oh, warte mal, wenn ich... Ah, nee. Ich glaube, wenn du irgendwie eine Statusveränderung hast, oder? Dann ist es stärker. Riechsalz? Ewa, ist tank ich. Tank ich. Tank ich. Das Fee ist aber auch wirklich tanky, Alter. Ja, du greifst mit einem fucking Aeoas mit einem Felinara an. Urteilskraft. Klingt gut. Klingt gut. Urteilskraft. Ist gut und ist gut. Mega nice. Ja, aber ist okay. Blitzer Lando hat seinen Move schon gehabt in dieser Runde. Ist in Ordnung. Und jetzt neckt Tarantino halt dich wieder hoch. Komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Oder nimm irgendwas raus. Nein, nein, nein. Frustration ist in Ordnung. Komm schon. Wo Freundschaftslevel ist, glaube ich. Ja, ist nicht sehr hoch. Äh, ist sehr hoch. Nicht sehr niedrig, ja. Ich glaube, der Basisfreundschaftswert von neckt Tarantino ist halt relativ hoch. Okay. Ja. So. Es wird Zeit für Flully. 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 Äh, ja. So. Ah, ja. Also, Fully-Pur-Ball ist jetzt mein einziges. Fully-Pur-Ball, halt. Warum? Es ist unglaublich, dass ich noch hoffen kann. Jetzt, nein. Nein. Ach, nee, Schlamm-Bombe. Ja, ich dachte auch an Matsch-Bombe gerade. Ach, come on. Oh, ja. Schlamm-Wurge, Matsch-Bombe, ne. Jetzt kommt die Matsch-Bombe. Oh, falsches. Ja. Falsches. Nee, ist egal. Es wäre eh neutral gewesen. Ach, stimmt. Du bist normal, ja. Stimmt. Lava-Sturm. Okay, schade. Das wird jetzt ein bisschen traurig. Du willst Flully-Pur-Ball sterben sehen, oder? Ja, unbedingt. Eissbär, okay. Eissbär. Ähm, okay. Ja, ist okay. Mach ruhig. Ja, trifft bitte fünfmal, damit wir eine möglichst lange Animation hier haben. Damit wir auf über zehn Minuten kommen und Werbung schalten können. Ja, Werbung für Blitzalando. Denn wir teilen uns die Einnahmen unserer Metronome-Battles, weil wir echt coole Freunde sind. Ja, weil wir echt beide armen. Das kommt dazu. So. Ja, für Blitzalando machen wir Werbung übrigens. Ja, genau. Schaut mal in die Videobeschreibung und schreibt mal eure besten Erfahrungen mit Blitzalando an. Boah, jetzt habe ich das Lichtschild. Speziell mache ich die eine gar nichts mehr. Speziell mache ich die Ecke gar nichts mehr. Aber das Lichtschuld ist leider nicht auf Dauer. Nee, das leider nicht. Ankerschuss! Das ist sehr effektiv. Ja, aber es wird nicht so krass viel machen, weil der Heuler in Thurs ist. Ja, dennoch. Aber du kannst dich nicht mehr fliegen. Ja, wow, das ist wichtig. So, dann rein mit dir. Ja, vielleicht ist es wichtig. Du kleiner Fratz. Surfer OP. Da habe ich jetzt ein bisschen mehr erwartet nach Zug. Hauptzug. Tatsächlich, aber naja, okay. Aber, es hat uns ja... Komm schon, Laubklinge und Crit. Kiefer geproben ist erstmal in Ordnung. Laubklinge und Crit, Alter, bist du behindert? Ja, darf man wohl mal auf. Hör mal auf. Du hörst auch mal auf. Du machst doch mein Kissen kaputt, Bruh. Das fällt. Ja, heil mich, Baby. Heil mich, puste meine Pflanzenangriffe her. Geil. Los, Zug. Nimm das Haar raus. Nee, bitte nicht. Clair Smog. Das reicht, das reicht, das reicht. Ja. Das reicht? Ja. Krass. Aber mein Angriffsjob wäre jetzt weg gewesen. Ähm, das stimmt. Jetzt kriegen wir alle noch schön die KP-Animationen drauf. Mega nice, ich freue mich. Fully Pobalt könnte das aber reißen. Also, wenn ich dich jetzt rausnehme, wenn ich Zug rausnehme und dann 1 vs. 1 gegen Aquana habe, dann brauche ich einen starken Pflanzen-Move jetzt. Ja, aber du nimmst Zug nicht raus. Ja, das wird das Spiel sein jetzt. Leg mal mit denen du hier Talks, Bruh. Ich bin aber schneller scheinbar. Oder gewinne zumindest das Speedtile. Ja, du bist schneller. Akkupressur. Ja, das kann gut sein. Das kann gut sein. Das kann auch schlecht sein. Was steigt? Angriff, okay. Angriff. Uh, das ist schön. Bin ich auf plus 1 jetzt. Ja. Das ist richtig gut. Aber, das macht nicht so viel. Das ist okay. Giftung. Ja. Nice. Mann. Damit hast du den freaking Timer, Alter. Aber das Gras fällt halt erstmal noch ein bisschen weg. Erstmal, ja. Wenn jetzt nochmal irgendwas Geiles kommt. Wirbler. Wow. Krass. Ich bin proud of dich, Aquana. Naja, besser als nichts, ne? Okay. Macht das Grasfeld gleich viel wie das Gift? Nee, nee. Gift macht mehr, weil ich normale Vergiftung habe. Aha. Easy. Also, ja. Also spätestens, wenn das Grasfeld down ist, werde ich denke ich auch down gehen. Aber, ich kann wirklich mit einer Laubklinge oder mit irgendeiner starken physischen Pflanzenattack jetzt richtig derben Schaden reinmachen. Das stimmt. Vor allem wegen dem Grasfeld noch. Kraftwelle. Kraftwelle. Ist Kampf. Ist Kampf. Reicht aus. Okay, nice. Sehr gut. Sehr gut, Fully Probe. Finde ich nicht optimal. Aquana gegen Fully Probe. Let's go. Jetzt mach doch Aquana bestimmt wieder nur Scheiß, Alter. Klick Discos. Ist in Ordnung. Ja, macht Schaden. Aber du bist physisch gut defensiv, ne? Also, es... Ah, aber es macht Schaden. Ja, es macht schon... Ja, es hat schon Schaden. Also, das ist in Ordnung. Noch viel mehr Angriffe tanke ich nicht mehr. Vor allem nach dem Giftschaden jetzt nicht. Aber wenn jetzt die Laubklinge kommt, Alter. Es kommt keine Laubklinge. Oder eine Blattgeißel. Boah, Alter, Junge. Dann ist Ripp. Blattgeißel-Krit im Grasfeld-Stab. Wie er schwärmt, Alter. Wie er schwärmt. Hört euch an. Der alte Nichtsgönner. Eisi, das ist in Ordnung für mich. Easy. Boah, das macht schon guten Schaden, Alter. Ja! Ja! Oh mein Gott. Ist klar. Aber ich will das Gift. Das dreckige Scheißgift. Ist halt klar. Oh mein Gott. Wie er mich freezzt. Alter, ich glaube, das Grasfeld endet in der nächsten Runde. Oder in der vielleicht schon. Ich glaube, einmal Gift überlebe ich nicht mehr. Da muss jetzt irgendwie Synthese oder irgendwas muss Gift wegmachen. Oder ich muss dich rausnehmen. Oder ich weiß nicht. Nein, nichts dergleichen. Hör auf! Hör auf! Hör auf! Komm schon. Mach was. Jawoll! Ja, Mann! Ja! Alter, ist das ein... Das ist das Comeback des Jahrtausends. Die Hex, Alter. Oh mein Gott, oh mein Gott. Lass das Grasfeld noch eine Runde bleiben. Bitte. Bitte, 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 bitte. Oh, please no, please no, please no. Ja! Schade. Das ist gut, Mann. Jetzt die Vergiftung heilen. Lass dir Zeit, Fullypuber. Lass dir Zeit. Das Ding ist gefreezt. Das jetzt nicht auch noch. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Bitte. Mach. Mach was Cooles, Fullypuber. Du kannst es. Ich vertraue dir. Ja, mach Heilopfer. Explosion. Explosion. Oh nein. Oh nein. Das wäre so... Das wäre das schönste Geschenk. Das schönste Weihnachtsgeschenk. Das schönste Weihnachtsgeschenk. Okay, alles gut, Fullypuber. Ist in Ordnung. Jetzt ist Eiseskälte einfach hinterher. Mit Eisattacken hast du das. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Hör auf. Hör auf. Giftwolke ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Ich bin aufgetaut. Nice. Das ist gut. Und jetzt rauf, Aquana. Komm schon. Jetzt rauf. Trugschlag. Das ist nicht gut. Aber das Gift ist in Ordnung. Okay. Einmal Gift überlebe ich noch, wenn du nicht angrifst. Ja. Komm jetzt. Letzte Runde jetzt. Aquana, bitte. Aquana, bitte. Der Eisjib hat schon unfassbaren Schaden gemacht. Wir dürfen nicht zulassen, dass es eine Lautklinge oder so rauskriegt. Bitte. Bizarro-Raum. Ich bin dann schneller nächste Runde. Mega nice. Das sind zwei Angriffe hintereinander jetzt für mich. Ja. Ja. Das hast du... Du brauchst bloß minimalen Schaden jetzt. Das hast du gut gemacht. Waldesfluch. Du wirst die Pflanze. Mega nice. Okay. Okay. Einmal eine Runde müssen wir noch wegdenken. Oder... Oder... Greif an. Bitte. Aquana, bitte. Komm schon, Papobal. Komm schon. Bitte. Fliegen. Ja. Heil dich. Heil dich. Heil dich, Papobal. Komm schon. Bitte. Eis ist Odem. Kripp. Einfach nur. Ja, aber du hast auch kein Pokémon mehr auf dem Feld. Also war es ein Unentschieden, Leute. Wenn ihr das crazy fandet, dass es ein Unentschieden in diesem Evolution-Battle gab, dann lasst doch sehr gerne ein Like, was du da hattest. Richtig crazy, Alter. Schaut auf jeden Fall auch, äh, bei mir vorbei. Bestimmt, das ist nicht so einfach. Denn, äh, dort gab es ein sehr, sehr interessantes Metronom-Battle, denn dort seht ihr vielleicht auch noch den ein oder anderen Smeer aus einem ganz bestimmten, ist in Ordnung, vollkommen okay. Macht das einfach. Ganz toll, Alter. Denn, guckt einfach vorbei, denn da gibt es wirklich ein sehr besonderes Battle, was vielleicht so ein bisschen anti ist. Ja. Das stimmt. Bis dann, Leute. Ciao. Ciao. Ciao.